So, ich habe mal kurz einen Cut gemacht. Müssen wir auch ein bisschen Aufnahmelänge wieder machen. Jetzt müsste er... Ja, er hat alle Kanäle, 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 Kanäle. Okay, sind alle da. Gut, dass ich doch die gelben Dicken mitgenommen habe. Jetzt füllen wir gleich noch einen Holzblock hier. Okay. Was sagt er nun, wenn ich jetzt hier Silikon haben will? Silikon, Crafting, 100. Geht er die hin? Er kriegt sie hin. Haut sie aber gleich oben hin. Er speichert die den. Das heißt, er speichert schon mal den im System rein. Den, genau. 94. 94. Das heißt, er müsste 5 hier drin haben. Silikon 5 hat er drin. Alles klar, super. Ich hatte doch ein Interface dahinter, ne? Frage ich mich... Frage ich mich, frage ich mich, wenn ich jetzt produziere. 100 Stück, wenn er sagt. Mir fehlt was. Silikon. Muss ich die Dinger nochmal umschreiben. Die hier. Und dem sagen, hey du, du brauchst nicht nur den, das Teil, nein, du brauchst aber noch Silikon. Ich glaube, ich kann die nicht umtexten. Ich muss die jetzt wieder löschen. Also, die raus, den rein. Doch, ich kann die umtexten. Und zwar muss ich sagen, ein Silikon, ein davon, ein davon, ergeben ein, den hier. Genau. Das gleiche gilt jetzt hierfür. Erreicht das, wenn ich dem das registriere? Na, ich muss es ansagen. So. Und ein Z des Quats. Ein davon. Geben ein davon. Ähm. Könnte ihm aber parallel sagen. Auf die andere ist. Das heißt, die waren eigentlich noch gar nicht schlecht. Ne, stopp. Ein Z des Quats. Ein. Diamond. Und ein Ding. Das heißt, wir verd... Wir... Tun es uns hoffentlich doppelt absichern, dass es funktioniert. Interfekt... Ne, Moment. Interfekt... Na, klar. Ich muss das probieren. Ich muss gleich mal, äh, von den niedrigen welche rausnehmen. Okay, äh... Calculation. Engineering. Und dann... Der Logic. Also, das ist jetzt eine Hammeraufgabe. Ich kann das auch noch verschönen. Ja, wenn das klappen würde, dann würde ich mir den ganzen Raum unten sparen. Aber ich hätte es nur automatisiert. Also halbautomatisiert. Ähm. Ich gehe mal kurz hier in dieses... In den großen Panel rein. Und zwar... Ne, falsche Panel. Da. Calculator. Sag ich ihm... Wir kaufen mal eins. Ich würde jetzt interessieren... Crafted er ist. Du weißt jetzt noch nicht, wie lange er es braucht. Also... Crafted. Crafted, crafting, crafting, crafting. Crafting. Er craftet nur. Wir schauen mal, wo er dranhängt. Ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Das haben wir aber gleich. Das haben wir gleich gelöst. Ähm. Muss mal eben... Ich weiß, wo das Problem ist. Das müssen wir jetzt mal machen mit allem. Next starten. Und engineering next starten. Und engineering next starten. Werde ich natürlich alle CPUs besetzen. Genau. Jetzt hat er die CPUs besetzt. Der ist ja auch wieder frei. Ich habe das Problem. Ich glaube, ich habe das Problem erkannt. Ich glaube, ich habe das auch erkannt. Und zwar ist es in der Sache, ähm... Dass ich die fertigen eingespeichert habe, die oben rein müssen. Das stimmt ja gar nicht. Ich brauche die unfertigen im System. Das heißt... Das... Das hier... Und das hier. Kommen von da rein. Wenn ich jetzt dann komme... Mach mal. Mach mal. Hier sind die Cards, oder? Mach mal. Wir sehen... Vorne... Das Rezept ist fertig. Jetzt schaue ich natürlich in der Cancel-Leiste. Im kräftigen Menü. Die Likon macht er noch. CPUs sind frei. Äh... Kalko. Reiter hat 16 Stück haben wir. Jetzt sagen wir ihm mal... Mach mal 10 Stück. Ja, machen wir bitte 10 Stück. In der Zeit wären wir sagen... Ähm... Achso, eine Card brauchen wir noch. Ahnung. 1, 2, 1, 2. Kriegt er die gekraftet? Ich sehe schon 9 nur noch. Und wenn das jetzt klappt, bin ich total froh drüber. Dann können wir hier ein bisschen von der Glas, ein bisschen alles... Äh... Fertig machen. Genau. Der hat schon 2 Cards drin, ne? Ne, geht auch noch 2. Ach komm, 3. 3, damit es ein bisschen schneller geht. Es geht ja nur um eine Sache immer. Bada-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Komm. Aber die nächsten beiden Teile rein. Sauber. Wenn das funktioniert, bin ich total stolz drauf. Könnte ich hier vorne eine Tür reinmachen. Machen wir mal hier so eine Tür rein. So eine Cover-Tür. Und eine Doppeltür reinmachen, ne? Ne, glaub ich, ein bisschen besser aus. So eine gecoverte, aber die hab ich jetzt grad nicht momentan. Muss ich mal eben holen. Ähm. Schmeiß mir eben alles weg, was ich nicht brauch. Wie viele musst du noch machen? 2, 1, okay. Komm gleich rein. Die brauch ich nicht, den brauch ich nicht, die brauch ich nicht. Der kann weg. Ein Ding ist doch blöd. Filter brauche ich hier gerade nicht. Denkst du, schlepp mich die ganze Zeit mit mir rum. Die kommen ja auch gleich weg. Calculator. 10 Stück da, 70 haben wir. Super. Was passiert, wenn ich von diesem Zertus-Ding am Kanal habe? Zertus. Von denen. Die Zertus-Pubo-Zertus. Doppelt-Zertus-Gvanzid. Von... Das... Okay. Das heißt, ich muss die unten... Pro-duktieren. Zertus. Das heißt, Kräfte mal 1000 Stück. Starten. Okay, brauchen wir natürlich jetzt viel Zeit für. Ähm... Ich müsste nur sagen, Kräfte die von. Wie mache ich denn... Wie mache ich denn das? Sinnvoll wäre es, wenn ich... Und fertigen in die Signal-Hauer. Ja. Und fertigen in die Signal. Dafür muss ich es natürlich dem auch noch ein Rezept geben. Ich habe gar keine Signal, die das programmiert hat. Ich gucke noch mal ein Zertus. Ich gucke, dass er anders herstellen kann. Walk... Walkwasher kann es. Das heißt natürlich für uns. Einfacher. Walkwasher den. Ein Zertus. So. Und das Ding... Es läuft alles mit Strom. Müssten wir ja beide. Ähm... Und der ermöglicht uns es... Vieles möglich zu machen. Warum können wir jetzt hacken wir jetzt mal umprogrammen? Wir können einfach den Walkwasher machen. Und nutzen verschiedene Mods. So. Er hat... Ah ne, das leuchtet nur so. Okay. Jetzt können wir noch die... Cover da legen. Boah. Das hat zerdrückt. Und ich schwitze drunter. Da ist er noch am Fummeln. Alles klar. Jetzt glaube ich mal wieder ein bisschen anschalten. Und ich bin jetzt mal wieder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020